Leute, bevor das Video nochmal beginnt, ich muss euch zwei Anmerkungen nochmal sagen. Und zwar Leute, wer unbedingt noch in meiner FL sein möchte, sendet mir einfach eine Freundschaftsanfrage. Ich habe jetzt meine Freundschaftsliste wirklich geklirrt, Leute. Ich habe über 100 Leute gehabt, jetzt sind es nur noch 54, wie man auch hier unten sehen tut. Also Leute, wer meine FL möchte und der jetzt vielleicht auch schon drin war, aber gelöscht ist oder so, sendet mir wieder eine oder so oder wer natürlich auch rein möchte, tut einfach eine Sendung. Ich nehme euch auf jeden Fall an, aber ich tue immer mal wieder Clearen, also nicht wundern. Und das zweite, was ich euch nochmal sagen muss, ist Leute, wer in meinen Clan rein möchte, ich kann euch das gerne nochmal zeigen und zwar Clan-Info, Leute. Das seht ihr auf jeden Fall, es sind wirklich richtig viele Leute. Wo steht das genau? Hier 21 Clan-Numbers gibt es jetzt hier. Wir sind 21 normale Leute, danach 3 Mods und noch 3 Ones, Leute. Und das heißt Leute, wer meinen Clan rein möchte, dann kommt unbedingt rein, tut bitte mich anschreiben. Knorps, Elias oder mir nicht anschreiben und danach werdet ihr eingeladen. Es ist ein richtiger großer Clan schon und ja, ihr seht da wieder heiß, so Hashtag 6x7. Und ja, wer da rein möchte, sagt einfach Bescheid und ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem Video. Es ist ein richtiges geiles Video geworden. Ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, ihr wirklich bis hinten anguckt. Es ist wirklich richtig spannend geworden, besonders hinten die Stelle, es ist heftig. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video und ich würde sagen, let's go. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Bis dann wieder auf meiser.net. Wir werden wirklich hier sehr, sehr lange nicht mehr auf den Server. Wir werden heute wieder 1 vs. 1 Bad verspielen. Wir haben wirklich erst lange nicht mehr gespielt. Aber Leute, ihr wundert euch, warum ich hier gerade in der Lobby noch stehe. Weil Leute, heute seht ihr es wirklich mal live in der Aufnahme. Es läuft gerade wirklich ein Fußballspiel gerade. Die ganze Zeit steht ja immer da, es läuft kein Fußballspiel. Und jetzt läuft wirklich ein Fußballspiel, Leute. Hier gibt es ja Fußball-WM, Leute. Das habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Hier seht ihr, Leute, ganz groß. Wirklich, es läuft gerade wirklich Fußball. Ich könnte jetzt sogar jetzt hier wirklich in der Aufnahme mich hier hinsetzen. Und die ganze Zeit jetzt zum Fußball gucken. Geht ja eh wie so noch ein paar Minuten oder noch. Steht ja 0 zu 2. Aber Leute, wir wollen jetzt etwas aufnehmen. Und es ist gerade ein Tor passiert, darum... Ja, 0 zu 3. Darum ist ja gerade so ein Feuer weggekommen. Ja, Leute. Aber egal, das soll uns heute nicht stören. Wir werden jetzt zur Bad was gehen. Und ja, Leute. Mal gucken, gegen wen wir heute spielen. So, Leute. Ich habe wirklich Ewigkeiten kein Bad was mehr gespielt. Mal gucken, ich überhaupt heute noch überhaupt Bad was spielen kann. Hallo? Ah, jetzt. So, ähm... Ihr wisst ja, Leute. Ich war die ganze Zeit auf Weavergames.net. Ähm... Wo ja wirklich... Jetzt zur Zeit wirklich viel abgeht. Aber Leute. Heute werden wir natürlich wieder Dings da spielen. Bad was. Ich werde auch vielleicht jetzt wieder mehr auf Mainzut sein. Mal gucken, Leute. Was so die Zeiten soll ihr jetzt sagen. In der Tat. Ich habe ja nächste Woche endlich... Ähm... Also nächste Woche ist endlich die letzte Woche. Ähm... Dann gibt es endlich Zeugnisse. Und dann, Leute, sind endlich Ferien. Ihr wisst nicht, wie ich mich endlich auf die Ferien freue. Okay. Palender haben wir ja jetzt schon Ferien. Also da war ja heute... Ist morgen der letzte Tag. So wie zum Beispiel Hessen, wie ich das weiß. Also Elias, wenn du das Video siehst, du kleiner Schlänge. Du hast schon frei. Du klickst Pils. Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßen. Ja, ähm... Und dann haben wir auch in anderen Ländern noch später. Wie ich das weiß. Zum Beispiel wie Baden-Württemberg. Zum Beispiel. Aber egal. Ähm... Ich habe jetzt auf jeden Fall... Jetzt noch diese Woche. Also morgen noch. Und dann nächste Woche noch. Und dann habe ich auch endlich Ferien. Und ich freue mich da total. Leute, und... Da wird auch wieder bestimmt irgendwas wieder... Also da wird wieder auch was passieren hier mit meinen Videos und so. Wo wieder mehr... Oh, scheiße. Da wird auch wieder mehr geschnitten, etc. Alles wieder mehr... Ein bisschen besser alles. Wieder mehr Zeit reingesteckt werden in YouTube. Nur zur Zeit ist es ein bisschen extrem. Heute ist ja zum Beispiel wieder sehr zeitig die Aufnahme. Wir haben es 21.51 Uhr. Leute. Muss aber ja auch natürlich sein, weil... Ich möchte ja Bad was aufnehmen und... Der spielt mit Eisen, oder? Ne, der hat keinen Brustpanzer. Okay, ich dachte, der hat einen Brustpanzer an. Aber er hat doch keinen Brustpanzer an. Ein Glück hat er auch das nicht an, weil ich einfach Eisen nicht mag. Ich mag Eisen 0 nenne. Und was macht er jetzt? Ja, guter Herr. Ja. Scheiße. Das war gar nicht gut von mir. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Eigentlich wollte ich nach vorne springen und ihn dann von der Seite... Dann wieder rückwärts springen und dann von der Seite hin runter klatschen. Aber das war ein bisschen zu dumm von mir. Und... Was? Leckt der auf mir das? Wie bitte? Nein, doch. Scheiße. Na, tschi, tschi, Leute. Naja, erste Runde war mir platt gemacht. Mal gucken, gegen wie wir in jetzt spielen. Okay, perfekt. Ich bin doch ein schöner Küchelbär, bin ich dort. Da kann man doch schön, ähm, Dings da. Gleich eins aufmachen. Leute, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ähm, warum meine FPS so schlecht sind. Ähm, es kann ja auch daran liegen, wegen dem Mini-Fernsehen, was ich ja unten eingestellt habe. Ich habe eher schon wundern, wo der Ton ist, Leute. Ich habe... Ich kann jetzt sogar den Ton anmachen. Aber ich lasse den Ton aus, weil... Ich möchte jetzt ja nicht auf Fußball mich konzentrieren. Ich möchte ja wirklich, ähm... Jetzt gerade, äh, Bad was spielen, Leute. Und, ja, wie gesagt, auch... Ich tue mich eigentlich jetzt nicht so vor Fußball interessieren. Ich tue ab und zu... Ich habe jetzt ab und zu jetzt immer mal vorbeigeschaut. Beziehungsweise, ähm, das Deutschlandspiel habe ich zum Beispiel mir angeguckt. Aber die anderen Länder, das... Ähm, ich sage jetzt mal dazu, das juckt mich jetzt nicht. Aber, Leute, zum Großteil, das finde ich langweilig einfach nur, weil... Das ist ewig so... Nicht meine Mannschaft ist, mein Land ist. Darum, Leute. Fußball ist insgesamt nicht meine Sache. Aber egal. Ähm, das soll uns einfach nicht ablenken. Aber so ein bisschen lenkt mich das schon ein bisschen ab, weil das mehr FPS wegnimmt. Aber egal, Leute. Ich wusste ja auch nicht, ähm, Aufnahme plus dieser Mini-Fernseher, dass es wirklich so viele FPS wegnimmt. Ähm, und mein Ping ist gerade ein 191er-Ping. Das ist ein bisschen scheiße. Hat man gerade gesehen, wie ich gerade gestorben bin. Nö. 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 Mein Internet ist ja zur Zeit auch wirklich sehr, sehr schlecht, Leute. Verstehe ich auch gar nicht. Also, in der letzten Zeit ist mein Internet richtig schlecht. Ich merke es nicht nur am PC, auch am Handy. Weil grundsätzlich merke ich immer zuerst das am PC und dann am Handy. Und ich merke das zur Zeit in den letzten Tagen wirklich auch am Handy. Und das extrem. Also, Webseiten laden wirklich sehr langsam. Ähm, Instagram geht sehr langsam. WhatsApp geht sehr langsam. Alles geht sehr langsam, Leute. Also, es ist schon ein bisschen blöd. Aber, naja, da ist bestimmt irgendwas passiert bei Vodafone oder so. Ich bin da bei Vodafone an die Leute, die das noch nicht wussten. Und, ja, aber mein Skin, der gefällt mir irgendwie wirklich. Ich hab den Kuschelbär. Leute, soll ich jetzt mal so reinschreiben? So, lässt du einen Kuschelbär gewinnen? Nein, Spaß, Leute. Ist nur Spaß. Natürlich mach ich das nicht, weil wir sollten das rüberkommen. Es wäre ein bisschen komisch. Kommt das dann bestimmt rüber. Ähm, war das nicht jetzt hoch? Wenn ja, wäre das richtig cool, weil ich komm hier sonst nicht runter ohne Kopf ab. Ich hab mich ein bisschen weit hoch... Ja. Das ist bestimmt nicht das klügeste, Leute. Ich weiß, Leute, man kann das wohl eigentlich gar nicht steigern. Ich weiß, klügeste... Das ist total falsch und total dumm von mir. Was kannst du eigentlich? Aber, Leute, ihr wisst, das ist eben mein Deutsch. Und ich hab's auch verhauen. Ich würde da eigentlich gerade einen Block dran setzen, aber ich hab's verhauen. Egal, Leute. Ähm, aber wie ich damit jetzt gerade meine mit steigern, das Wort kann man steigern. Leute, es ist mein Deutsch. Lasst mich einfach. Ich weiß, Leute, mein Deutsch manchmal... Wie gesagt schon, das ist mein Deutsch, Leute. Ich weiß, dass es nicht ganz richtig ist. Aber, ja. Ich hab schon immer so mal ein paar Schwierigkeiten in der deutschen Sprache. Aber, ich... Das ist bei mir schon immer so. Und, ja. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich total dumm oder was weiß ich nicht bin, Leute. Ähm, das muss ich ja mal raushauen. Hoffentlich krieg ich den jetzt sofort raus mit meinem hohen Ping. Okay, der baut sich irgendwie so ein bisschen komisch. Also, so bad was zu spielen, das mag ich gar nicht. Weil, das sind solche Leute, die man nie unterschätzen kann. Weil, die machen Sachen, wo man manchmal Sachen tut. Oh, mein Gott. Jetzt kann... Jetzt gewinnen sie. Oh, scheiße. Raus. Nein. Oh, der hat mich rausge... Nein. Raus mit dir. Nein. Ah, Leute. Ich kann so nicht spielen. Dieser Ping ist zu hoch, Leute. Beziehungsweise, es leckt auch zu doll. Ja. 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 Ich komm. Ich komm noch. Oh, mein Gott. Habt ihr es gerade gesehen, Leute? Ah, scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hau jetzt einfach ab. Und hoffentlich... Der soll... Der muss bei mir nah dran bleiben, Leute. Sondern... Oh, mein Gott. Oh, habt ihr es gerade gesehen? Wie king das gerade war, Leute? Oh, mein Gott. Ich muss schnell weg, Leute. Der muss aber auch nah bei mir bleiben. Weil sonst springt der ja auch noch runter. Das ist die Sache, Leute. Sonst springt der auch wirklich noch runter. Und das soll der aber nicht machen. Weil ich hab nur Blöcke, hab ich. Und... Tja, hier müssen ich mal... Ah, wie soll ich denn da erst runterkommen? Scheiße. Ah, hier so. Okay, der ist doch runtergesprungen. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Äh, und zwar hier... Nein! Oh, das war king up, Leute. Habt ihr es gesehen? Ich könnte da keinen Block setzen. So. Oh, das Fußballspiel ist beendet, Leute. Das ist ein... Ja, scheiß an. Hm. Komm, 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 komm. Bau ab, bau ab. Ja. Nice. Ja, klatsch, Frühschmar. Und raus, Mieter. Raus. Nein. Nein! Leute, habt ihr gesehen? Wenn der kein Eisen hätte, der hätte ich gewonnen. Ich weiß, dass das nicht aufgeregt hat. Aber komm mal runter. Komm runter! Hecht... Warte mal. Hecht... Ach, wie ist es? Hechtag. Hechtag. Ähm. Ohne Eisen. Oh mein Gott, ey. Immer die ganzen Eisenspieler. Oh mein Gott. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Hätte ich das Spiel gewonnen? Ja oder nein? Nein. Also ich hätte... Ich würde sagen eigentlich ja, Leute. Es wäre eigentlich King-Up gewesen. Aber da hat er sein Eisenspieler rausgenommen, weil... Ja. Eben Angst hatte er doch noch verlieren tun. Aber das sind einfach immer die Leute, die einfach ein bisschen Hilfsmittel brauchen, sage ich mal dazu. Aber egal. Wer Bock hat, folgt mir gerne bei Instagram, abonnehmt mich gerne auf YouTube. Dürfen nochmal Armee mehr treten. Und Leute, wenn ich wieder mehr bei etwas bringen soll, schreibt es unbedingt denen in die Kommentare. Und... Ja, Leute. Jetzt würde ich auch einfach sagen, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bleibt cool. Und... Ciao. 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 Ciao.